Wie sieht man ein Partner aus? Mal gucken wir uns ein bisschen unten, wie die Füllen einen Partner finden. Bei der Füllen ist es so, dass die Weibchen sich seine Menschen rauszieht. Das ist die Menschen, die uns besonders abfällen für die Weibchen dann auch bemerken. Wenn ich schon ein Ex stelle, das Wort wie sie kennt, hätte Pesch. Verschiedene Füllen haben sich dann auch ein paar Tricks abfällen gelöst. Wenn wir uns die Bierkinder angucken, da versammeln sich Menschen an Plätzen am Mauer, die tanzen, die sprangen an den Lort, die versuchen den Opa, den anderen zu verschauen. Und dann schaut die Weibchen sich das Spielchen an und hat sich dann die Scheinste und die Beste raus. Menschen von der Fregatte folgen einen anderen Trick, für die Weibchen einzulacken. Die haben so einen roten Sack am Hals. Die können sie ablösen wie ein Luftballon. Das gibt dann einen dicken, roten Ballon. Die Weibchen lassen sich dann damit impressionieren. Sie machen noch ein bisschen Kamedi dabei, wenn sie in den nächsten Luftballon holen. Und wenn man nicht Kamedi macht, dann hat man das Hüchse bei den Weibchen. Ein anderer Trick ist, wenn wir uns hier die Weber-Füllen aus Afrika angucken, die sieht, dass die Menschen einen immens langen Schwanz haben. Sie haben früher Experimente gemacht, wie bei verschiedenen Menschen den Schwanz aufgeschnitten. und das steckt dann in einem anderen Angepasst. Und die Wissenschaftler herausfinden, dass die Füllen mit dem längsten Schwanz am meisten Hüchse bei den Weibchen holen. Ich kann es dir vorstellen, dass zwischen den Weibchen sich in den Menschen raus, die einen ganz langen Schwanz haben. Es wird mir ganz einfach. Den langen Schwanz fliegt nicht schlecht. Das ist eine gute Aufgabe für Greiffüllen, die in die Fresse kommen. Und all die Füllen, die mit dem langen Schwanz überlebt haben, wissen, dass sie gesund sind, dass sie stark sind, richtig solid sind. Und dafür sind die Weibchen natürlich die Menschen raus. Sie können davon erwarten, dass sie ganz stark sind, sie ganz gut sind, sie sind auch nicht gekommen, nur stark für sie zu überleben. Die meisten Zirkus für die Weibchen zu lösen, möchte aber auch immer der blaue Architekt aus Australien. Der baut sich aus einem kleinen echten Haus. Das Haus streicht dann blaue um. Wir könnten zu der blauen Farbe und den Knack ganz einfach so blaue Bieren und den Mund voll blauen Spaut hält den Grashalm, und mit dem streicht er sein Haus um. Dann lädt er nach so Plastikstücken oder Bluesächer für sein Haus. Wie er die Bluesächer relativ schwer an der Natur findet, hält er natürlich auch Plastik, geht er doch bei dem Opa klauen. Er präsentiert dann dem Weibchen, wenn er das gucken kann, ein bescheines Gehles am Schnürfel. Wenn das Weibchen davon überzieht, das kennt er bei ihm an das Haus. Nachdem sie die zwei hier im Match gemacht haben, muss das Weibchen sich einen Ernerplatz sichern für seine Nasch zu bauen, weil er auf das nächste Weibchen und das Weibchen fliegt dann ein paar hundert Meter weiter, baut sich seine Nasch, lebt sich zwei Ehr dran, bret er aus und zählt doch die Jungen ganz allein ab. Ich glaube hier, dass wir uns im Rahmen wieder vorsehen, wenn es einen Tag gefällt, wenn du nicht mehr über ein paar Jahre wird das auch noch ein paar Jahre und dann einfach Kahlo, ein paar Jahre. Ich hoffe,